Und so sehen die zwei zusammen aus. Schneeflocke ist nämlich gar nicht schwanger. Die hat nicht angefangen Haare raus zu rüpfen. Die hat aufgehört Nest zu bauen. Jetzt habe ich sie abgetastet. Da sind keine Babys in ihr drin. Und da die Ronja schon gesagt hat, Mama mach doch die Schneeflocke zum DJ, habe ich das jetzt auch getan. Und die zwei lieben sich. Aber mal richtig, schaut mal an, wie die sich lieben. Hm, da hat die Ronja mal wieder recht. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.